Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond. Ich steuere gerade ein bisschen die Kongs, lasse die noch einmal durchlaufen, ne die hier, und freue mich über meine ganz vielen Cultivated Tierchens. So, Cultivated Drone habe ich schon. Hm, so, ähm, lassen wir mal drei hier und nehmen die wieder mit, kommen wir hier rein. So, also, wir brauchen Glowstone. Glowstone, hier, ne, unter dem Reiter Bienenprodukte brauchen wir also eine Dämonic Bee, um uns Glowstone erstellen zu können. Ähm, die Dämonic Princess wird zusammengesetzt aus einer Sinister- und einer Fynnisch-Biene. Und fangen wir mit der Sinister an. Und zwar, Sinister ist sogar recht einfach gemacht, aus einer Cultivated und einer Modest oder Tropical. Wir nehmen die Modest natürlich. Und schnappen uns mal, hab ich noch eine Cultivated, ne, aber eine Modest Drone hab ich. Modest Queen, oh, die muss ich mal ausbrüten, aber da hab ich, bist du, Modest Princess, eine Cultivated Drone. Gibt hoffentlich eine Sinister. Sinister Queen, perfekt. So. Bitte einmal ausbrüten. Ähm, du brauchst sicherlich was anderes. Ja, genau. Äh, too humid, no flowers. Die Sinister... Oh Gott, braucht das eine Flower? Ich glaub... Netherwarzen, das könnte hinkommen. Das ist nämlich so ein Nether-Drone, ne? G-G-Drone. Okay. Sollte ich haben. Soul Sand. Mhm. Scheibenwähm. Pech. Pech gehabt. So. Zu kalt. Jetzt brauchen wir eine Höllensimulation, damit der auch warm genug ist, der Biene. So. Höllensimulation. Hell Emulation Upgrade. Dafür brauch ich wieder so ein Gerät. Ein Klimagerät. Wo wir gerade dabei sind. Können wir direkt ein bisschen Bronze machen. So. Äh, Klimagerät. Und ach, ja, genau. 4 Gears wieder. Mhm. Hell Emulation Upgrade. So. Das war... Wo war der? Hallo? Da. Du, ne. Du bist raus und du kommst rein. Alles perfekt. Au! Au! Die stechen! Aua, aua, aua! Scheiße. Okay. Die Sinister sind vorher ein bisschen Sinister unterwegs und stechen. Scheißviecher. Okay. Äh, kann ich mir einen Beekieperanzug bauen? Oder einen Pollen-Kollektor-Kick? Nee. Kann ich den Beruhigungs-Upgrade irgendwie reinpacken oder so? Der Nitex-Stabilizer? Nope. Ähm. Ähm. Nicht so ganz, wahr? Sie? Nö. Gut. Dann nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht hier Tode stechen lassen. Hallo. Simmering Cone. Jawohl. So. Au! Jetzt hör doch auf! Stop it! Hahaha. Oh. Äh. Yay! Propolis! Also Propolis ist normalerweise ohne Genistry, um in Forestry APIs automatisieren zu können mit Pipes. Ganz cool. Wenn Bildkraft drin ist, glaube ich nur. Wozu brauche ich hier mit Propolis? Ähm. Forestry Species Item Filter? Ah, das kann man jetzt mit Ender.io filtern. Also quasi auch fürs Automatisieren. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Wir stützen ab. Wir stützen ab. Bis gleich! So, weiter geht's. Ich bastel mir gerade eine zweite Cultivated Queen, um daraus eine Fiddish zu machen, glaube ich. Hier. Common Princess. Ähm. In der Forest. D-D-Drone. Das ist das falsche Gerät. Nehmen wir das. Forest Princess. Common Princess Forest Drone. Ich komme auch erstmal ganz kurz weg. Äh, was bist du? Du bist eine Modest. Äh, äh. Cultivated Queen. Alle, hopp. Du kommst weg. Du bist Common. Und du wirst geschleudert. So. Sehr schön. Phosphor. Jetzt kam, glaube ich, aus der Höllenwabe raus. Ist ja alles gut. Ja, ne? Okay. Hier läuft gerade ein bisschen die Diligent durch. Diligent. Was mache ich mit dir noch gleich? Mit der Cultivated Drones zu einer Unweary? Ne, ähm. Ich brauche eine Industrious. Genau, das ist die Unweary. Also doch. Unweary. Dann brauche ich aber noch eine neue Diligent. Äh, äh. Was machst du so? Wheaten. Ah, eine Wheatbiene. Äh, du bist so Agrarian. Hier haben wir noch nur Wheat. Was kommt dabei raus? Ja, Wheat. Oh, Mann. Okay. Also, Diligent und... Was habe ich gesagt? Äh. Bei, ich glaube, die Diligent würde ich dann trotzdem gerne behalten. Die Prinzess erst mal. Oder? Ne. Äh. Ja, doch. Irgendwie schon. Und dann brauche ich... ...ne Cultivated Prinzess eben. Und... Das wird alles ziemlich schwierig. Okay. Alle fertig hier? So, Cultivated Prinzess. Und die wollte ich jetzt zu was machen? Ach ja, stimmt. Mit einer Common. Zu einer Noble. Okay, vielleicht über die Common Prinzess. Habe ich noch eine Common Prinzess? Nein, 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 ja. Nein, nein. Okay. Was? Was will ich mir schon noch eine? Forest und Meadows. Ich denke schon. Man muss ja sparen. So. Cultivated Cultivated. Und... Ich glaube, dann mache ich die schon mal. Etwas mit der Common, ne? Common, 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 Drone. Common, Drone. Komm schon. Gib mir die Noble. Noble, Noble, Noble. Jawohl. Noble, wunderbar. Das ist, glaube ich, die für die hier. Hopp. Und du bist... Hopp. Jut. String gekommen. Da können jetzt Strings mit rauskommen. Korrekt? Ähm... Nö, nicht korrekt? Okay. Komisch. Naja. So. Mehr davon. Oh, bunte Bienchen. Weiße und gelbe Bienen. So. Hm. Ne? Ja, es dauert halt jetzt ein bisschen. Auch die Lifespell-Upgrades sind irgendwie... Ja, es dauert immer noch so eine Zeit. Gut. Wir können auch mal die Upgrades kurzfristig mal hier reinlegen. Wenn wir sie gerade nicht brauchen, um mein Inventar mal erklären. Warum habe ich denn so viel Kacke dabei? Ist ja furchtbar. Hm. So. Der Rest kann erst mal... Hier hin. Äh... So. Okay. Wie wäre es jetzt mal langsam mit unserem Handheld? Ähm... Wireless... Crafting oder Wireless... Wireless Terminal. So ein Gerät. So ein Gerät. Ein Emi Terminal. Ein Logic. Prozessor. Komsranda. Dankeschön. Und... Eine Densed Cell. Dafür brauche ich dann acht Energy Cells. Und wie viel davon? Äh... Was war das? Quarzglas. Währenddessen... Lege ich mich hin. Weil es dunkel ist. Und anscheinend arbeiten nur die Nobels. Nobels. Bands. Okay. Aber die sind nachtsaktiv. Das ist schon mal gut. Wir können auch, äh... Rocky Bees uns noch besorgen. Das sind Steinbienen. Die sind ganz gut. Weil die sind auf jeden Fall nocturnal. Das heißt, die arbeiten auch nachts. Und, äh... Der Trade kann man immer ganz gut rausholen. Und dann den anderen Bienen geben. Das ist ganz praktisch. Äh... What? What? Ich glaube ich davon jetzt... Ach. Das ist doch... So. Jetzt werfen wir das endlich mal... aus der Liste raus. Gut. Cell. Äh... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 8... Äh... Was nu? Calculation. Damn. Okay. Z ist Quats. Dust. Kann ich noch mehr machen? Warum habe ich das nicht eingespeichert? What the fuck? Hm. Gut. Ah, das dauert noch. Gut. Wo derweilen? Sind die fertig? Ist gut. So. Meine Kammen, meine Nobble. Die müssen noch weitergecraftet, sag ich schon. Gecraftet werden. Mit einer Majestic. Majestic ist Nobble und Cultivated. So mache ich erstmal die Imperial Vardy. Mit Royal Jailia. Das heißt, meine Cultivated... Nicht unbedingt die. Hatte ich noch eine gemacht? Cultivated Drone. Mit... Majestic. Die Cultivated Queen mit einer Nobble Drone. Cultivated Queen mit einer Nobble Drone. So. So. So zur Majestic. Und danach gibt es dann die Nobble Princess mit einer Majestic Drone zur endlich finalen... Achso. Die hat jetzt ein Slide-Upgrade drin. Das macht Sinn. Hallo, ihr kleinen bösen roten Bienen. Okay. Weiter geht's im Takt. Wir brauchen die... Wie weit habe ich gesagt? Die Sinister wird zur... Findisch. Mit einer normalen Biene. Findisch. Achso. Ist egal was davon. Okay. Also brauche ich nur eine Modest. Nehmen wir noch eine Modest. Vielleicht irgendwas, was nicht ganz so... Ja. Dankeschön, Kaktus. Dankeschön. Ähm. Ähm. Vielleicht nehmen wir da die... Ähm. Nehmen wir halt die Modest und... Die Sinister-Drone. Modest Queen. Wo kommt die denn hier? Ähm. Dann nehmen wir halt... Die Forest Princess. Sinister-Drone. Ha? Das geht nicht. Warum nicht? Achso. Es muss Modest sein dann. Dann muss ich die eben ausbrüten. Wo ist mein Wüsten-Upgrade? Zack. Wunderbar. Eben so. Ähm. Ja. Dripping Comb. Da kommt, glaube ich, extra viel Honig raus. Nun ja. Machen wir so erstmal. Ähm. Wie weit bist du? Nicht so weit. Immer dieses Warten ist schon... Äh. Schwierig. So. Hierne machen alle beide. Hopp, hopp, hopp. Sondern die Sinister plus die... Finde ich. Modest. Tropical. Common würde auch gehen. Nee. Sinister und Common ergibt tricky. Demonic. Dämonic. 15%. Muss ich da hin? Eigentlich schon, ne? Kobalt. Cool. Äh, ja. Dazu Dämonic muss ich natürlich hin. Tricky. Dämonic. 15% Glowstone und die Tricky. Cookies. Und Köpfe. Interessant. Sehr interessant. Aha. Das gefällt mir. So. Majestic. Und dann die... Nobbel... Nee, halt. Die... Nobbel und eine... Majestic. So. Jetzt hau raus da. Imperial. Da ist sie nun. Final. Unsere wunderschöne... Biene. Oh, guck mal. Jetzt sogar... Stimmt, die hat Regen. Äh, die gibt den Regen-Buff. Aber nur... Nicht mir. Okay. Regen. Stimmt. Die haben ja auch Buffs. Haha. Ich vergaß. Okay. Modest und Sinister. Da ist mein Regen-Buff. Jawohl. Zum Glück, weil die Böden in Sinister-Viecher ja ordentlich zustechen. Also die... Bösen Bienen quasi. Hell. Au. Ja, jedes Woche noch die... Au. Hör auf! Hahaha. Hauer. Au. Au, 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 au. Ah, Mist, ich ja. So. Okay. Majestic kann weg. Äh, das darf hier bleiben. Das muss hier bleiben. Come on... Come on Majestic. Und hier einmal ausschleudern. Honeydew. Leckeres Honigbrot. Mmh. Okay. Soweit, so gut. Dann kann ich das schon mal in der Kiste packen hier alles. Langsam, weil... Es doch recht viel wird. Warum ist denn hier draußen heute schon wieder so ein unendlicher Krach? Das kann doch gar nicht wahr sein. Au. Kann man die eigentlich irgendwie beruhigen, die Dinger? Ich glaube... Aha. Es gibt halt den... Oh. Es gibt halt den... Den, 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 den... Larven. Den Anzug. Ach hier. Beesmoker comes. Wild bees. Wild bees. Das ist mir wurscht. Ähm. Apiary-Gedönse. Hm. Gut. Da brauchen wir aber das Zeugs. Und Silk Wisp ist schwierig zu bekommen. Da brauchen wir nämlich die Silky Propolis. Und das bekommen wir nur aus der Silky Korm. Und die Silky Korm ist... Echt? Valiant? Valiant, Tropical, Valiant. Okay, dann nehmen wir halt die Valiant. Da hab ich... Gar keine Probleme mit. Dann nehmen wir halt die. Hab ich ne... Au, jetzt hör doch auf. Die haben aber auch einen echten Range, die blöden Mistviecher. Das gibt's doch gar nicht. Ähm. Valiant Princess bist du? Kann ich dich? Du wirst zu ner Heroic. Ist das fest? Aber was bringst du mir? Gar nichts. Äh. Silky Propolis. Silky, silky, silky. Tropical. Ähm. Ähm. 30% Exotic. Tropical. Bist du für eine? Modest Frugal? Was ist das? Modest Sinister? Okay. Modest... Modest und Sinister. Äh, das gibt wieder so ne fiese Biene. Ähm. Nun gut. Ähm. Modest. Hab ich noch mehr als eine Modest? Ich hab mehr als eine Common. Ha. Okay, was mach ich jetzt mit dir am allerbesten? Das ist die Frage. Ähm. 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 Tropical. Die Tropical ist doch zu finden, oder nicht? Ach so, dass das der Tropical rauskommt. Äh. Das heißt, ich muss in den Dschungel, um mir eine Tropical Biene zu besorgen. Wir legen uns ganz kurz hin, wenn wir dürfen. Und dann hab ich schon den Dschungel aufgedeckt. Ähm. Eine wirklich gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ähm. Ich glaube nämlich nicht. Ups. Das ist auch nur normaler Wald. Soweit ich weiß. Puh. Könnte hier irgendwo Tropical sein? Vielleicht? Hm. Wir brauchen einen Jetpack und wir brauchen einen Dingens. Äh. Imperial, Imperial. So, jetzt können wir hier nämlich das Automatisierungs-Upgrade wieder reinwerfen, damit das Ding nämlich unendlich weiterarbeitet. Au. Wer hat nur gestochen? Und ich hab doch gar nichts, was hier arbeitet. Warst du das? Kaktus? Ähm. Unser erstes Royal Jelly. Jawoll. Läuft bei uns. So. Unsere... Quietsch... Findisch... Quietsch, wie die... Okay, die Sinister. Will ich Sinister nehmen oder will ich die Finish nehmen? Ich glaube, ich nehme die Finish. Sinister Drone. So. Und so. Man kann die bösen Effekte von den Viechern übrigens negieren, indem man mit den Genetik-Bissern rumspielt. Aber davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt, weil man nämlich dafür einige Bienen zackmanschen muss. Und, äh, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Demonic-Boojakka. Die können wir mal ganz kurz durch analysieren. Was sie so alles kann. Also, sie hat eine sehr long Range. Leider, was übrigens... Ach, ne. Longer Lifespan heißt... Also, es ist schlecht für uns. Hier kürzer die Lifespan. Also, es gibt zwei Arten. Es gibt die kurze Lebensspanne. Das heißt, die produziert sich sehr schnell nach. Eine lange Lifespan heißt, dass sie länger, äh, ja... Honey-Koms und weiter produzieren kann. Aber sie ist halt sehr langsam am Produzieren. Und... Ja, tutpiksen. Die tutpiksen. Autschi, Autschi. Girl of Stone. Wupp, wupp. So. Okay. Ja, danke. Ähm... Ich überlege gerade, wo ich die am besten hin tue. Ich denke, ich tue sie hier hin. Hell Emulation. Wir brauchen einmal Licht. Licht und Automatisierung. Okay. Aber bei Light kann ich mir gerade nicht leisten, ne? At Gen-Dustrie. Gen-Dustrie. Das Automatisierungs-Upgrade. Na komm, schon gibt's. Danke. Was? Achso. Hm, die blanken Dinger. So. 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 Dann schnappen wir uns noch das Slider-Upgrade. Licht. Nein. Licht. Äh. Automatisierung. Lebensspanne in dem Fall nicht. Weil die... Wo ist meine Biene hin? Weil... Hallo. Die ist abgelegt. Ich hält. Aber sie wird getan. Hä? Wo hab ich die jetzt hingelegt? Ich hält... Der Monik? Bist du hin? Monik? Bin ich doof? Ich glaub schon. Äh. Okay. Ich hab doch... Hä? Ich bin grad verwirrt. Ich bin... Oh Gott. Ich werd alt. Ich seh's kommen, ey. Oh Gott. Was ist denn nun passiert mit meiner Armbiene? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ohne Witz. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Er hat doch bloß die Upgrades geholt. Und das war's. Wo... Wo? Oh Gott. Ich werd alt. Ich werd alt. Ich such sie. Wir sind's in der nächsten Folge. Wieder bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, ich weiß. Sie war in Biel. Eine Leiser. Entschuldigung. Hab sie gefunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.